Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Käse-Curry-Dip. Der Käse-Curry-Dip eignet sich gut, um frisches Gemüse zu dippen. Also Möhren, Rettich oder Paprika. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 250 Gramm Salatkreme, 5 Esslöffel saure Sahne, 5 Esslöffel Hüttenkäse, 2 Teelöffel Curry, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, Zucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Kochlöffel. Zubereitung. Salatkreme in eine Schüssel geben. Saure Sahne und Hüttenkäse dazugeben und verrühren. Curry dazugeben und ebenfalls verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker pikant abschmecken. Zu geschnittenem Gemüse servieren. Als Beilagen eignen sich Paprika, Rettich, Möhren, anderes frisches Gemüse zum Dippen. Diese Varianten gibt es. Anstelle der Salatkreme kann man auch Mayonnaise verwenden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung. 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 Trömmere Tank만 Bisschen.